Wir sind jetzt in Munden, in Oberösterreich und wir sind heute bei so einem Regionalfernsehen und ich schaue mir das jetzt mal an, so was sie für ein Equipment haben. Ich warb das sowas noch nie, deswegen bin ich da echt gespannt. Nehmen wir heute auch mal da mit und ich wünsche euch dann viel Spaß auf jeden Fall beim Video. Jetzt gibt es wieder mal einen Vlog, weil ein bisschen abwechslung auf dem Kanal tut das sicher gut, also viel Spaß. Wir sind jetzt hier im Studio. Also man sieht hier, es gibt hier so einen fetten Greenscreen und sowas wäre für zu Hause aufgeholt, aber ich habe leider nicht so viel Platz. Dann haben wir hier so tolle Lichter, weil Licht ist bei Greenscreen ganz ganz wichtig. Hier ist einfach so eine Kinobank. Kann man sich hier hinsetzen oder bricht die zusammen? Die ist fast umgefallen. Und das ist hier die Kamera. Also die haben hier einfach so eine JVC Kamera. JVC. Ich weiß echt nicht, wie mein Name ausspricht. Und hier wird das Ganze geschnitten in Adobe Premiere Pro CS6. Es ist ein relativ cooles Vlog, aber ich freue mich dazu sehr gut. Das war ein relativ kurzer Vlog, aber ich habe auch deswegen nur so einen kurzen gemacht, weil wir waren auch relativ kurz, ich glaube jetzt eine Stunde, weil ich muss jetzt im Zug und fahre wieder zurück nach Mien. Es war halt kein großes Studio, das muss man halt schon sagen. Insgesamt so das Studio war halt sehr, sehr klein und es würde mich auch mal interessieren zu einem etwas größeren zu sein, aber es war halt mal cool, so einen fetten Greenscreen zu sehen, weil ich muss sagen, so einen fetten Greenscreen, also der wirklich so gut ausgeleuchtet war, habe ich noch nie gesehen, das will ich mich am besten überfahren werden. Auf jeden Fall danke, dass ihr zugeschaut habt, lasst ein Like da und abonnieren nicht vergessen und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Mittag. Tschüss! 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 Untertitelung. BR 2018